Das ist Paula Meier. Sie ist sehr talentiert und wurde gerade erst von ihnen eingestellt. Der Kollege Peter Schneider ist Paula gegenüber sehr aufdringlich. Er kommt ihr sehr nah und macht anzügliche Bemerkungen. Paula fühlt sich belästigt und weiß nicht was sie tun soll. Sie kann sich nur noch schwer auf ihre Arbeit konzentrieren und leidet unter Angstzuständen. Sie überlegt ihren neuen Arbeitsplatz wieder zu kündigen. Sie traut sich nicht es anzusprechen, da sie um ihren Ruf fürchtet. Eine Studie zeigt, dass nur 4 Prozent der Betroffenen professionelle Hilfe suchten. Dabei stellt sich vor allem das Melden der Vorfälle als eine große Hürde für die Betroffenen dar. Über 60 Prozent gaben an, dass sie entweder negative Konsequenzen für sich selber fürchteten oder es zu belastend fanden, sich damit weiter auseinanderzusetzen. Mit Mediatify gehören solche Fälle der Vergangenheit an. Paula fühlt sich von einem Kollegen belästigt. Da ihr Unternehmen Mediatify-Kunde ist, findet sie ganz einfach online auf der Mediatify-Plattform Hilfe. Dort kann sie mit Lilly chatten und wird zu ihrem Vorfall beraten. Lilly ist ein virtueller Assistent, der auf künstlicher Intelligenz basiert. Paula meldet ihr ihr Problem. Sie hat die Möglichkeit, ihr Anliegen anonym zu melden, um so die Hürde des Meldens zu überwinden. Aufgrund der Regelmäßigkeit der Belästigung schlägt Lilly vor, professionelle Mediatoren von Mediatify zu informieren, um den Fall zu lösen. Paula ist einverstanden. Bei Mediatify sind mehrere Vorfälle, die denselben Mitarbeiter betreffen, eingegangen. Wir helfen ihnen, den Fall aufzuklären und sie entscheiden, welche Maßnahmen gegen den Beschuldigten eingeleitet werden. Paula kann sich nun wieder vollkommen auf ihre Arbeit konzentrieren und fühlt sich bei ihnen im Unternehmen sicher. So verbessern sie ihr Arbeitsklima, die Produktivität ihrer Mitarbeiter, halten die Bestimmungen des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes ein, reduzieren die Mitarbeiter Fluktuation und sparen somit Kosten. Während Mitarbeiter mit anderen Lösungsansätzen entweder negativen Konsequenzen ausgesetzt sind oder kaum Chancen auf eine Aufklärung sehen, ist mit Mediatify sowohl die Hürde der Erstmeldung für den Mitarbeiter sehr niedrig, als auch die Aufklärungsquote dank professioneller Mediatoren für den Ernstfall sehr hoch. Da wir Ihre Mitarbeiter ermutigen möchten, möglichst alle Vorfälle zu melden, kostet sie unser Dienst nur eine monatliche Pauschale ab 2 Euro pro Mitarbeiter. Vorfälle verursachen für sie keine Kosten. Und das Beste ist, Sie können das Gespräch mit Lilly jetzt schon ausprobieren. Besuchen Sie uns dafür auf unserer Website mediatify.aonotion.com und geben Sie den Zugangscode Mediatify ein. Machen auch Sie Ihr Unternehmen diskriminierungssicher mit Mediatify.